Ein Wirtschaftslehrer unterrichtet die Schüler in Wirtschaft, abhängig von der Art der Schule, für die der Wirtschaftslehrer arbeitet. Kurz gesagt, Wirtschaftsunterricht kann am besten als das Studium des Menschen und des Handels beschrieben werden, den der Mensch ausübt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Die Ökonomie ist also eine Wissenschaft, die sich mit der menschlichen Bedürfnisbefriedigung beschäftigt. Wirtschaft bezieht sich nicht nur auf Geld, sondern auf alles, was damit zu tun hat. Denken Sie zum Beispiel an die Produktion von Gütern, den Konsum von Gütern, die Knappheit von Gütern und Dienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die Menschen. Darüber hinaus bezieht sich die Ökonomie auf die emotionale Ökonomie. Wirtschaft kann nicht in einem Wort oder Satz ausgedrückt werden, weil der Begriff Wirtschaft weit gefasst werden muss. Wirtschaft hat mit Angebot und Nachfrage von Produkten und Dienstleistungen zu tun, aber das ist nur ein kleiner Teil der Wirtschaft. Es ist der Wirtschaftslehrer, der den Schülern alles über die internationale Wirtschaft, Marktmechanismen, Import und Export, Marketing und Unternehmertum beibringt. Kurz gesagt, wir können die Arbeit eines Wirtschaftslehrers am besten als Vorbereitung des Wirtschaftsunterrichts und als Wirtschaftsunterricht für Schüler oder Studenten beschreiben. Wirtschaft ist für alle wichtig, weil sich jeder mit Wirtschaft beschäftigen muss. Wie bereits beschrieben, muss sich ein Wirtschaftslehrer möglicherweise mit verschiedenen Schülern oder Studenten auseinandersetzen. Innerhalb der Hochschulbildung kann beispielsweise ein Wirtschaftslehrer für den Unterricht in Betriebswirtschaftslehre verantwortlich sein. Betriebswirtschaftslehre bezieht sich auf das wirtschaftliche Funktionieren von Unternehmen. Dann haben sie es als Wirtschaftslehrer mit Studierenden zu tun, die nach dem Studium zum Beispiel Buchhalter, Vermarkter, Ökonom oder Finanzmanager werden wollen. Betriebswirtschaftslehre geht über den reinen Unterricht in der allgemeinen Volkswirtschaftslehre hinaus. Unterricht in der allgemeinen Volkswirtschaftslehre Bis zum nächsten Mal.